Morgen ist der ausgewöhnliche Burschian-Bahnhof, der Grundschirm, die RB nach Lauching, Abfahrt 5.39 Uhr, könnte entscheidend zu überspringen. Normalerweise hört man um die Uhrzeit von verbrommenden Wieselmaturen. Hier hat man eben ankommen, es liegt nach Elviental, mit RB auf Alpha 6.0 bis 10. Und 07, 010 hat schon die neue Antrift, deswegen noch nicht. Weiterhin fährt ab, ist leck, nach Basel-Beischung, nach Basel-Equil. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus dem Stuttier IC 384, nach Hamburg, Abfahrt 5.47 Uhr, Gleis. Aus dem Stuttier IC 3261, Baden-Kurier nach München Hauptbahnhof. Aus dem Stuttier IC 384, der Kultus und die RB von Wildschut. Das kann ja auch sein, dass die Rd nach Lauflin abgefahren ist. Aber so gut, das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Das kann ich mir auch nicht zeigen wollen. Das kann ich mir auch nicht zeigen. Das kann ich mir auch nicht zeigen. Das kann ich mir zeigen. Ich habe es mir vorgelegt. 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 Den Flur aus Video. Ich bin gird clergy an. Abonniert ihn gern! Vielen Dank.